du weißt doch mein youtube namen oder ja ein live video von dir jetzt noch nicht mit der community zocken das gibt's guten morgen die schüler übertragung von samsku ja live übertragung ich habe immer noch keine video ein stadt in einem youtube video also dein youtube hat neu also jetzt gucken ob ich live bin und da kommen wir doch ich bin live du musst dann auf mein profilbild klicken jetzt bin ich bin du bist drinnen ok ok ja ok du bist aber es ist jetzt noch eine neue oder warte 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 ja genau und jetzt Ja genau, jetzt drückst du auf ändern, du drückst auf ändern, hast du, oder guck einfach mal einen Stream an. Und dann gibst du 5667 ein und dann auf annehmen. Warte, wo müssen dann zum Schreiben gehen? Du musst auf L drücken, also L2 und danach drückst du und dann gibst du 5667 ein und dann halt annehmen und danach... Geht nicht. Wie geht nicht? Geht nicht. Hast du? Ja, ich trinke es. L2, oder? Ja, L2. Steht ja auch jetzt an meinem Stream. Äh, hi Alice, wir machen gerade Carsten-Games-Duo. L2, ja? Ich kann jetzt grad nicht zeigen, wie das geht. Und dann mach auch, äh, zurück. Nee, komplett weg. Doch, doch. Es geht, es geht. Oder egal, mach einfach bereit. Mach einfach bereit, Check. Mach einfach bereit, Check. Vielleicht musst du... Ja, jetzt, 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 jetzt. Jetzt geht's, jetzt geht's. Und jetzt gibst du den Code ein. 5667. also 5 6 6 7 ja genau 5 6 6 7 annehmen habs und jetzt werden wir drinnen so wie du siehst man hat den spieler sehen und die leute sind drin und wir stream snipen ihn, wir stream snipen ihn wir müssen ihn stream snipen Leute wirds lustig wir sind in Karsten K und wir stream snipen ihn das wird nicht langweilig ist ja wartende spieler 8 lust du musst aber zu deinem skin perfektes ding ne wartende spieler 8 ähm perfekte pickaxe zu deinem skin machen ne ich schwör du gehst vor mir und danach wenn er dich killt ähm Ding wenn er dich killt dann dann kill ich ihn ok ja dann stream snipen wir ihn die ganze Zeit bis zum Ende bis er ausrastet ok funktion geht dann und dann Daniel? Wie lange sollen ihr warten? Komm her, komm her. Ich weiß, wo der ist. Komm her, komm her. Leute, wenn ihr wollt, können wir deinen Creative gerne. Komm her, mach her. Komm her, komm her. Guck, guck da vorne. Da vorne mit diesem Astro skin. Da vorne mit dem Astro skin. Den musst du kümmern. Den musst du kümmern. Den musst du kümmern. Ja, okay, warte. Wohin gehen die dann? Ja, warte, warte, warte. Okay, die gehen Misty, die gehen Misty, Misty, Misty. Ich höre, warte, das wird's falsch. Wirklich? Ja, die gehen Misty, ich höre mal. Aber wie holen die den Sniper und Pump? Chill, wir gehen nicht hierher einfach. Oder... Aber wenn ihr sterben... Nein, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit mir, komm mit mir. Folgt mir einfach. Nein, aber was machen die, wenn die sterben? Dann scheiß drauf, aber wir müssen sie halt killen. Wir müssen sie killen. Alle. Nein, die sind Astro skin. Okay. Ich zeig dir dann, da steht dann ganz vorne. 3 A, R, A, R, ist richtig, richtig. Ich hab mich nicht schon weggeschaltet. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ich hab Bigi und Sturmgewehr. Ja, genug. Ich geb dir noch ein Mini. Hier. Wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt. Hä? Nein, jetzt doch nicht. Ja, er schießt mich doch an. Ja, ich bin down. Nein! Ja, ich hab ihn, oder? Hab ich ihn? Nein, ich hab ihn nicht. Nein. Aber, aber warum hat er dich angeschossen? Ich weiß nicht. Ach so breit, er kam von hinten. Ach so breit, er kam von hinten. So ein Assi. Komm raus. Ich geh hier raus. Ich hab ihn mit. Es ist für diese Anerkennung, dass er nicht gegenkontest ist. Aber, es ist für diese Anerkennung, dass er nicht gegenkontest ist, aber. Alter, als ob er gar... Okay, er macht weiter. Lass uns auf, da kann man sich machen mit mir. Ja, Lass uns auf, da kann man sich machen mit mir. Ja, Lass uns auf, da kann man sich mit dem Klase... Klase Karte... Lachen... ...lachen... ...lachen... ...ja, okay, Leute, ich... ...ich mach die Gruppe jetzt noch öffentlich, ihr könnt gerne join, dann machen wir einmal... ...was, warte! ...bei wem das Mikrofon ein Toaster ist, dann... ja... ...dann werde ich auf... ...also, ähm, das denn... ...wein, äh... ...der kleine... ...schießt da auch gerne, äh... ...kleine Frau, weißt du? Ja... ...was jetzt? Ja... ...weil... ...lachen... ...blink... ...kontakt... Okay, ich habe ihm jetzt eine Freundschaftenantrage geslect, er muss sie nur noch annehmen, und... ...dann kommen wir in seine Lobby... Ich habe ihn jetzt zur Freundschaft verantragt gecheckt, er muss ihn nur noch annehmen und dann kommen wir in seine Lobby. Der Mann muss den Weg aus der Beobachtung. Ja, das ist öffentlich, ich könnte eigentlich schon spielen. So, mach mal alle bereit. Das ist ein wunderbarer. Ich habe mich, es ist nämlich... Mach bereit. Du steht da öffentlich als Chivorockvail? Ach, chatten. Mach bereit. Du steht da öffentlich als Chivorockvail? Junge, ist jetzt noch einer live. Ich habe Bock zu streamen, ich komme. Warte, kann ich mir erst mal den Ding. Hä, warum geht das jetzt nicht? Ich muss nochmal mein komplett neu starten, die Fortnite. Ja, geil, ich auch. Scheiß drauf. Lad mich dann einfach rein, okay?